Wir durften Baumeister Richard Lugner und seiner Ehefrau Simone am Samstag den ganzen Tag an ihrem großen Tag der Hochzeit begleiten. Darauf angesprochen, wie es hinsichtlich Babyplanung aussieht, wurde verkündet, dass die beiden keinen Nachwuchs planen. Dafür plaudert Mörtl wieder einmal gegenüber OE24 Neuigkeiten über seine Tochter Jacqueline aus. Darauf angesprochen, ob es einen Familienstreit um die Lugner City gäbe, sagt er, es ist alles friedlich. Die Jacqueline kümmert sich um das Kino und das nimmt ihr auch keiner weg. Außerdem wird sie ja demnächst ein Baby bekommen. Ist Jacqueline etwa bereits schwanger von ihrem Verlobten Leo Kohlbauer? Lugner sagt, ich meine, wenn sie heiratet, da wird sie sicher bald Mutter und sie wird auf jeden Fall heiraten. Klingt alles ein bisschen kryptisch. Für den Baumeister wäre es aber sicherlich erfreulich, noch einmal Großvater zu werden. Wann die Hochzeit seiner Tochter genau stattfinden soll, weiß Lugner selbst laut eigener Aussage nicht. Sie soll aber noch diesen Sommer über die Bühne gehen.